Kommt jetzt die gefährliche Phase bei den Indizes. Der DAX, der hat sein Allzeithoch hier in der letzten Woche schon erreicht. Und die Frage tut sich auf, müsste da der Kurs nicht eigentlich nach unten gehen? Ja, in der Tat ist das nicht so untypisch, dass der Markt nach einem Überschreiten erstmal in die Abwärtsrichtung geht. Wie jetzt? Jetzt haben wir doch letztens über die 18.000 gesprochen. Ja, die ist auch nach wie vor drin. Auch mit einem Rücksetzer wäre die vollkommen noch in Ordnung. Allerdings können wir ein wenig das Ausmaß des Rücksetzers beobachten und daran sehen, ob das eben etwas schneller oder etwas länger dauert. Viele haben gefragt, Mensch, wann rechnest du denn mit dem neuen Hochstuhl? Also nicht den Allzeithoch, sondern mit diesen 18.000. Was wäre denn da für eine vernünftige Größe? Und wenn wir uns das vielleicht nochmal im Tageschart angucken. Also wenn wir nur einfach das einfachste Hilfsmittel mal nutzen und sagen, okay, der erste Teil des Anstiegs, das war die größte Korrektur hier. Der Anstieg vom Herbst letzten Jahres bis Februar. Danach war die Pause. Und wenn es ähnlich steil wieder funktioniert, dann wäre die 100er Marke. 100 ist immer so eine Größenordnung, so eine 100% Projektion. Das ist nicht zwingend, dass er die erreicht, aber das ist eine ganz gute, wir sagen dazu Best Guess, also ganz gute Orientierungsmarke, was eben nicht ganz untypisch ist. Wenn er die 100% tatsächlich sehen sollte und wenn das ähnlich schnell geht wie hier in dem vorderen Teil, dann wäre das, wenn ich hier unten mal so mein Fadenkreuz angucke, irgendwie Anfang August. Allerdings kann es natürlich zu Verzögerungen kommen, die etwas breiter mal sind. Also ihr seht, hier haben wir so ein bisschen diese Struktur. Das ist hier in dem Fall ein Fünfweller. Das sollte es ja auch sein. Und ein Fünfweller erwarten wir auch hier. Und dann seht ihr, das führt uns ungefähr auf diese Linie hier oben. Allerdings kann es natürlich sein, dass die Bewegung hier ein bisschen, naja, ein bisschen sich in die Länge zieht. Also so ein Verhaltensmuster, seht ihr, kann es durchaus ebenfalls werden. Das wäre ja ebenfalls ein Fünfweller, ganz normal mit den Pausen eben zwischendurch. Allerdings würden diese Pausen eben zu einem Rechtsversatz dort führen und dann kann es ruckzuck, völlig normal, aber dann eben doch noch ein bisschen länger dauern, ein bisschen in den Herbst rein oder vielleicht bis in die Jahresendrallye möglicherweise. Naja, ich glaube schon, dass wir jetzt gute Chancen haben, dass es schneller geht, wenn er es jetzt wirklich direkt angehen will. Das werden wir noch gucken müssen, ob er das tut oder nicht. Aber haben wir mal so eine Größenordnung, so August, September, Oktober. Das wäre jetzt mal so eine Zielmarke, wenn, das kann man nicht vorhersagen. Also bitte geht nicht davon aus, ja, die gelbe Linie, total schlüssig, genauso wird es passieren. Wir wissen, dass alle nicht, was passieren wird. Ich hatte dazu letzte Woche ja einen Videobeitrag gemacht, dass es nicht die Aufgabe und auch nicht die Fähigkeit eines Händlers ist, die Zukunft vorherzusagen. Das sind nur Orientierungspunkte. Einfach damit man sagt, naja, wenn es denn jetzt so ähnlich wieder läuft, was ja nicht untypisch ist, wie lange wäre das dann? Und dann haben wir so ungefähr diesen Zeitraum. Allerdings müssen wir zwischendurch immer wieder gucken, ob wir auf diesem Zeitstrahl sozusagen noch uns entsprechend bewegen, ob das noch entsprechend passend ist. So, das wollen wir mal ganz kurz gucken und zwar hier Stundenchart oder Intradaychart, welchen auch immer ihr dann nehmen wollt, um mal zu gucken. Naja, jetzt haben wir doch vom Rücksetzer gesprochen. Das war eine Zeichnung, die ich hier eingezeichnet habe. Witzigerweise macht er das jetzt ziemlich exakt sogar so. Das muss natürlich nicht so sein. Also wir hatten es gezeichnet, da war der Kurs, glaube ich, noch hier. Vor dem Wochenende war das. Und dann ist der Kurs noch ein bisschen nach oben gegangen und naja, früher oder später eben dieser Rücksetzer und genau der kommt jetzt hier aktuell. Der sollte uns allerdings noch nicht so sehr stören. Der Rücksetzer wäre durchaus typisch, wäre sehr realistisch, wenn der ähnlich groß ist wie dieser hier, kann sogar ein bisschen kleiner sein. Jetzt gucken wir mal, wenn er ähnlich groß wäre wie diesen, den wir hier vorne hatten, dann dürfte der ohne weiteres auch noch mal gehen bis 16.100 in etwa. Ja, also das ist, wenn er ähnlich groß ist. Und sehr häufig ist es ja so, ihr seht, dass hier haben wir den und eine Pause, den und diese Pause. Die sind ähnlich groß. Der eine ist ein bisschen nach rechts verschoben, ist eine Seitwärtskorrektur, der andere ist ein bisschen direkt nach unten, ist eine scharfe Korrektur. Und nochmal ein Anstieg nach oben. Und ihr seht schon, diese beiden Korrekturen, die ich hier in diesem Teilstück hier eingezeichnet habe, sind ähnlich groß. Sowas ist durchaus typisch und wäre etwas, was ich hier ebenfalls erwarte. Sprich, hier hatten wir wohl eine Seitwärtskorrektur, weil es lange Zeit eigentlich mehr nach rechts erst ging, erst gegen Ende nochmal runter. Ich würde mich jetzt also nicht wundern, wenn wir jetzt eine scharfe Korrektur haben, die ähnlich groß wieder ist. Das muss nicht millimetergenau sein. Also muss nicht ist gut, das ist nie millimetergenau. Naja, manchmal eben schon. Aber es ist eine Orientierungshilfe. Ich hoffe, dass das allen klar ist, die sich doch so sehr wünschen. Nee, nee, ich will da eine konkrete Aussage haben. Das geht natürlich nicht. Also was für eine Erwartungshaltung. Aber es ist durchaus sehr typisch, dass der Markt sich ein wenig nach diesen typischen Kriterien eben verhält. Und wenn es das wäre, wäre so um die 16.100 eine Größenordnung, die völlig nachvollziehbar ist. Es kann ein bisschen weniger sein, darf auch ein bisschen mehr sein. Aber wir dürfen jetzt nicht, wenn er einen Rücksetzer in diesem Bereich macht, sagen, ah, guck mal, der Bullenmarkt ist jetzt für immer und ewig zu Ende. Das kann nur Sodom und Gomorra bedeuten hier an den Märkten. Nein, das wäre eigentlich eine ganz normale, erwartbare Reaktion. Ich fange erst an, nervös zu werden, wenn wir die Zone, die ich letzte Woche schon genannt hatte, hier erreichen. Das ist um die 16.000. Da haben wir nämlich mehrere Hochs. Warum wäre ich dann nervös? Weil das würde bedeuten, dass wir überschneidend wieder sind. Und wir wollen möglichst wenig Überschneidungen haben. Hier in der Korrekturphase hatten wir eine Reihe. Aber eigentlich sind wir ja jetzt nicht mehr in der Korrektur, sondern wir waren jetzt ja wieder weiter auf dem Weg nach oben. Da würde das jetzt mit den Überschneidungen nicht mehr gut passen. Also ich möchte jetzt idealerweise keine Überschneidungen sehen, sondern ich möchte jetzt im Moment sehen, dass er idealerweise möglichst zügig, also nach oben geht. Also nochmal ein Rücksetzer, okay, aber nicht mehr unter die 16.000. Wenn er die 16.000 bricht, ist das nicht zwangsweise das Ende jedweden Bullenmarktes. Aber dann ist das, was wir jetzt hier mal so als Grobidee hier mal eingezeichnet haben, erst mal nicht mehr so gut. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die das nicht mehr auf dem Radar haben. Beim DAX, wir hatten gesagt, wir sind einmal hoch, erste Bewegung, dann hatten wir eine scharfe Korrektur, das ist typisch. Dann hatten wir einen neuen Anstieg, dann hatten wir eine Seitwärtskorrektur. Sehr häufig wechseln die sich ab. Das ist der Grund, warum ich, weil wir hier vorne so eine Seitwärts haben, hier jetzt eher von einer scharfen Korrektur ausgehe. Scharf klingt jetzt schlimm, hat nur was von der Bewegungsform zu tun. Viele von euch wissen das, die sich schon länger damit beschäftigen. Hier haben wir wahrscheinlich ein Flat, so sieht das aus. Dann haben wir hier ein Zigzag. Das heißt, hier haben wir ähnlich hohe Hochs und hier haben wir wahrscheinlich eher fallende Hochs. Das ist mehr oder weniger alles. Die Größe spielt dabei jetzt nicht die Rolle. Also scharfe Korrektur ist nicht zwangsweise jetzt größer oder gefährlicher, sondern nur ein bisschen eine andere Form. Das muss nicht so sein. Aber das sind, wie gesagt, wir müssen ja mit Orientierungshilfen arbeiten. Also der Chart ist ja nicht etwas, der immer exakt gleich ist. Er spiegelt aber das Verhalten der Marktteilnehmer und die verhalten sich durchaus typisch. Und deshalb orientieren wir Chart-Techniker uns daran, wie die Marktteilnehmer typisch reagieren auf bestimmte Situationen, um daran abzuleiten, naja, wenn sie das normalerweise so machen, dann ist es wahrscheinlich smart, davon auszugehen, dass sie es jetzt ebenfalls so ähnlich machen, wie sie es sonst typischerweise ebenfalls tun. Also die Charts per se verraten natürlich nichts, außer das Verhalten der Marktteilnehmer. Und die Marktteilnehmer, die verhalten sich eben typisch, wenn man sie lange Zeit beobachtet, stellt man fest, dass da häufig ein ähnliches Verhalten immer wieder stattfindet. So, also ihr seht, durchaus mit dem Rücksetzer ist jetzt zu rechnen. Ihr seht noch hier so eine blaue Kiste. Eigentlich kommt die erst ein bisschen später. Nach meinem Wunschszenario müsste der Charts eigentlich nochmal einmal dann höher gehen. Dann hätten wir nämlich diesen Fünfweller. Also hier hinten das gleiche Bild wie hier im Großen. Also dieser Fünfweller hier hinten ist quasi die letzte Welle dieser größeren Fünfweller. Bewegung und anschließend würde ich gerne dann eine Korrektur sehen. Das heißt, später darf man wieder unter 16.000. Halte ich für absolut realistisch. So Zielüberlegung 15.700, so in etwa, vielleicht sogar 15.500, 300, irgendwie sowas. Das wäre dann nichts anderes als eine ganz normale Korrektur dieses hinteren Teilstücks. Also nichts, worüber man sich aufregen müsste oder wofür man nervös werden müsste. Also ihr seht, das ist ein permanentes Wechselspiel. Da erzähle ich euch nichts Neues zwischen einer starken Bewegung und einer Korrektur. Aber wenn man versucht, sie ein bisschen zu sortieren, hat man immer so ein bisschen eine grobe Orientierung. Wo sind wir jetzt eigentlich aktuell? Wo müssen wir jetzt mit mehr oder mit weniger rechnen? Also ihr seht schon, das neue Allzeithoch, das Überschießen des letzten Hochs, des letzten Allzeithochs quasi, führt ja häufig dazu, dass der Kurs nochmal runterkommt. Gut, jetzt im Kleinen, wie gesagt, meine Erwartung später dann nochmal in eine Nummer größer. Aber auch das, wenn es nur bis dahin geht und das auf eine korrektive Art und Weise, wären normale Korrekturmuster in einer Aufwärtsbewegung. Nur wenn der Markt jetzt sehr steil runtergeht und sehr schnell runtergeht, diese Marke durchstößt, dann bin ich schon mal kritisch, was, ich müsste es eigentlich anders zeichnen. Also wenn er jetzt quasi schon direkt hier durchgeht, dann stimmt das ja irgendwie mit dem 5-Wellig nicht. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das passiert, aber ich weiß, an welchen Levels ich entscheiden kann, das ist anders, als ich dachte. Und wenn es anders ist, als ich dachte und mein Geld im Risiko ist, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, es ist anders, als ich dachte. Ich habe mein Geld im Risiko, dann gehe ich lieber wieder raus und mache dann weiter, wenn ich wieder eine klare Idee habe, was da gerade gespielt wird. So zumindest mal agieren wir und viele andere professionelle Händler, die das eben berufsmäßig machen müssen oder wollen, wie auch immer, dass sie eben sagen, okay, solange das Bild meinem Vorstellung entspricht, ist es alles in Ordnung. Und wenn es nicht mehr meinen Vorstellungen entspricht, das können auch ganz andere Handelsansätze sein, dann wird die Position eben geschlossen und kann wieder eröffnet werden, wenn das Bild sich entsprechend da geändert oder angepasst hat. So, also wir haben so ein bisschen Marken, rechnet damit, dass es runter geht. 16.100 sollte uns überhaupt nicht erschrecken, alles über 16.000 ist in Ordnung. Wenn es ein bisschen höher ist als 16.000, ist es mir durchaus lieb, wäre aber noch, wie gesagt, kein Killer für den Bullenmarkt. So, wie sieht es bei den anderen aus? Fangen wir mal mit dem Nasdaq an, denn der hatte, ich hatte das in meinem Video zum, also meinem Feiertagsvideo, ja, ein bisschen thematisiert, dass das hier auch ein Trigger ist für die bullische Seite, also für die Korrektur, die wir hier, seht ihr das im Wochenchart hier, klar überschneiden. Da sind wir jetzt drüber, dieser Punkt hier, dieses Zwischenhoch aus dem August letzten Jahres, da sind wir drüber. Ja, und damit ist die Gefahr eben, dass der Markt auch hier erstmal verhungert, dass er jetzt erstmal eine Pause braucht. Braucht, weiß ich nicht, aber das macht der Markt halt ganz gerne, dass er da hingeht. Deshalb kritisch aufpassen. Im Moment sehe ich noch nichts, was wirklich Druck nach unten ausübt. Wir sehen das hier im Fünf-Minuten-Chart für die Intraday-Freunde unter euch. Da sind wir vom Hoch, was wir am 19. Mai hatten, wackelig runter. Also ganz klar noch nicht die richtige Richtung. Danach ging es ja jetzt erstmal nach oben, aber jetzt eiert er so ein bisschen, hängt er so ein bisschen fest. Also idealerweise möchte ich jetzt eigentlich nicht sehen, dass er hier nochmal drunter geht. Das ist die 13.825 in etwa. Wenn er da drunter geht, ist dann schnell immer die Frage, kriegen wir jetzt sowas nochmal? Also sprich, geht er dann auch nochmal tiefer hier und klassischerweise, wenn die erste so langsam ist, ist dann häufig die hintere dann ein bisschen steiler. Aber im Moment gibt es dafür keine Anzeichen. Das wäre, wenn er da durchgeht. Also insofern habt ihr zumindest mal eine, bei 13.825 ungefähr für den Nasdaq Future, habt ihr eine Orientierungsmarke. Wenn er da durchgeht, ist irgendwas nicht ganz gut, dann geht auch noch mehr. Dann müsst ihr durchaus damit rechnen, dass es noch ein gutes Stück weiter runter geht. Das ist nicht zwingend, aber eben durchaus wahrscheinlich. Was mir im Moment auffällt, ist, dass kein Bock nach oben, so sieht es ein bisschen aus. Der Teil war noch gut, auch den Teil finde ich in Ordnung. Da hat man den Eindruck, da muss doch mindestens das, was Sie hier vorne haben, nochmal passieren. Das haben wir gesehen. Also der Kurs ist tapfer nach oben geschossen. Und dann kam jetzt das. Und das heißt, die Marktteilnehmer sind jetzt irgendwie nicht so sauber aufgestellt, was die bullische Seite angeht. Sonst würden sie sich nicht so eigenartig verhalten, wie das, was wir da jetzt gerade sehen. Also wer Long ist, da würde ich einfach sagen, im engen Stoppfall wäre das hier zum Beispiel eine Stoppmarke, die 825, die ich genannt habe. Also wenn ihr etwas größer unterwegs seid, ich sehe jetzt noch nicht notwendigerweise ein generelles Ende der Bullenbewegung. Also wir haben ja auch beim DAX gesagt, eigentlich ganz noch locker nach oben weitergehen. Idealerweise geht der Kurs nicht mehr unter 13.325 in etwa. Das ist das Hoch, was wir Ende März hatten, Anfang April. Also da sollte idealerweise nicht mehr so drunter gehen. Denn alles, was drüber ist für die Längerfristigen unter euch, ist erst nochmal okay. Also kann ja durchaus sein, dass er jetzt hier so eine Pause wieder nochmal eine Pause macht, solange er oberhalb bleibt. Ja, meine Güte, ist es noch okay. Für die Kürzerfristigen unter euch, die mal Intraday irgendwie was mitnehmen wollen. Hier seht ihr übrigens wieder mal Schub, dreiwillig runter, Schub. Nur einfach so zur Orientierung. Wenn ihr solche Sachen seht, habt ihr eine Orientierung. Es geht wohl in die eine Richtung stärker. Also achtet drauf, wenn solche Marken da oben hier, diese Zwischenhochs beispielsweise, gebrochen werden. Für heute Nachmittag, muss ich gestehen, oder Abend, finde ich das nicht schön genug, um dadurch einen Trade zu initiieren. Also das ist nicht auf meinem Speiseplan, sondern das ist höchstens darum, Positionen weiter laufen zu lassen. Ähnlich sieht es aktuell beim S&P aus. Da gefällt mir nämlich die Aufwärtsrichtung auch nicht so richtig. Das ist eigentlich eher ein korrektives Verhalten und schreit eigentlich eher nochmal nach der Abwärtsrichtung. Denn immerhin war die letzte Bewegung relativ stark. Jetzt hatten wir hier komisch diesen Dinger. Da könnte man schon unter Umständen hier reingestoppt sein auf der Short-Seite. Allerdings ist der hier aus meiner Sicht zu hoch. Viele von euch wissen das, dass für mich die Killer-Marke die 78,6er-Marke ist. Das müsst ihr jetzt nicht so nehmen. Dadurch verpassen wir auch hin und wieder mal schöne Trades. Jetzt aber, falls ich den da oben mal erwische, wenn der hier drüber geht, ist für mich das kein Trigger mehr hier für die Short-Seite. Also die 78,6er könnt ihr euch so vormerken, weil dann die Wahrscheinlichkeiten nicht mehr so gut sind, dass das gut geht. Trotz alledem, die Aufwärtsseite sieht nicht schön aus. Also ich bin nicht long ambitioniert aktuell, weiß aber auch nicht so richtig, was ich mit Shorts machen soll. Also insofern längerfristige Positionen laufen lassen, hinterherziehen, so wie ihr das bei den Einzelnen ebenfalls macht. Hier jetzt aktuell was Neues aufzumachen, finde ich in diesem Moment mit diesem Markt unattraktiv. Der Dow Jones ist gar nicht so schlecht. Gucken wir den mal im 4-Stunden-Chart an, denn er hat eigentlich etwas gemacht, was wir ja gar nicht so doof finden. Nach diesem Anstieg, den wir hier hatten, jetzt eine A, B, C runter. Viele erinnern sich, der Kurs ist ungefähr auf diese Höhe hier, 33.300. Das wäre jetzt durchaus ein möglicher Trigger für den Dow Jones, für die Long-Seite. Also können wir mal vormerken, nachdem diese Bewegung deutlich steiler, deutlich schöner nach oben gelaufen war, dass hier eine A, B, C im Moment zumindest mal nach unten ist, wäre dieses Zwischenhoch, das ist hier von heute Mittag die Kerze, irgendwann am Nachmittag das Hoch, so ungefähr 33.580, wie gesagt, auf den Future gerechnet, wäre durchaus eine Long-Überlegung wert. Das Verhaltensmuster ist ein bisschen eigenartig von den Größenordnungen, die wir hier haben. Allerdings sehen wir, dass wir nicht wirklich Überschneidungen hier haben. Also das ist eine Korrektursituation, gar keine Frage. Hier vorne war noch so ein bisschen was, da hinten, also richtig schön sauber sieht es nicht aus. Aber dieses Zwischenhoch, was wir hier haben, mit zittriger Hand, da das Zwischenhoch bei 580 in etwa, das wäre etwas, das, was wir hier gezeichnet haben, was ich interessant finde. Schön fände ich es allerdings, wenn die Bewegung nicht so arg wackelig da hochgeht. Na ja, müssen wir mal gucken, wenn das jetzt hier irgendwie große Korrektur, kleinere Korrekturen, größere Korrekturen, irgendwie so, dann sind wir ja wieder im 5-fälligen Muster, dann wäre das in Ordnung. Wer jetzt sagt, es ist mir nicht so kompliziert, der kann es aus meiner Sicht durchaus mal versuchen, hier die Long-Seite zu spielen, wenn der Kurs quasi da durchgeht, über das Zwischenhoch. Also mögliche Stopp wäre nicht unter dieser Tiefmarke, sondern wäre im Prinzip dann die 78er Marke und die würde ich jetzt aktuell in etwa verorten. Oh Gott, jetzt kann man es nicht mehr lesen, machen wir mal die hier weg. Die brauchen wir dann nicht aktuell. 33.341,5 sagt er jetzt hier, so wie ich das jetzt hier eingezeichnet habe. Ihr seht schon, das hat nicht das beste Chance-Risiko-Verhältnis, weil meine Gewinnseite ist, wenn es nur eine 1-zu-1-Geschichte gibt, das, meine Verlustseite ist das, aber auch das ist immerhin mehr Gewinn als Risiko. Also insofern, das kann man durchaus mal fahren und wenn ihr vielleicht eine sinnvolle Stopp-Logik noch habt zum Hinterherziehen, das könnte Supertrend-Parabolik irgendwie sowas in der Richtung sein, dann ist das zumindest mal etwas, um wieder in den Markt zu kommen, denn, wir haben ja gesagt, es besteht die Chance, dass wir nicht nur bis dahin gehen, sondern vielleicht sogar weiter. Denkt allerdings bitte nochmal dran, ein Szenario war im Prinzip dieses hier und anschließend nochmal runter. Also nicht übermütig sein, wenn er die 100er-Marke erreicht hat oder da in die Nähe kommt, dann sollte das Risiko für die Position mehr oder weniger auf Null sein, sprich der Stopp so nachgezogen, dass nichts mehr passiert. Wenn er weiterläuft, super, wenn er dann doch nochmal umdreht in die blaue Kiste unten rein, dann sagt ihr, naja, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber hat jetzt auch nichts gekostet. Ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt, dass ihr da eine Idee habt, was die Märkte aktuell machen. Es ist ein bisschen uneinheitlich, was da gerade vonstatten geht. Man sieht es, dass es sehr, sehr nervös ist. Die Märkte noch nicht so richtig gut aufgestellt sind, was die Bewegung angeht. In dementsprechend seid ein bisschen vorsichtig oder zurückhaltend. Mir geht das so, wenn ich es nicht deutlich erkenne, dann mache ich halt auch nichts. Dann gucke ich dann, bis die nächste schöne Situation dann entsprechend zu sehen ist. So, also in diesem Sinne, das wären jetzt mal so die groben Ideen. Vielleicht für die ganz kurzfristigen unter euch nochmal, wenn er den letzten Schub jetzt hier und dann irgendwie wackele ich irgendwie hoch, dann könnte man das vielleicht für die Aggressiven unter euch, dieses Zwischentief, ich mache es nochmal einmal groß, achtet aber bitte auf den Schadfeld. Viele wünschen sich immer, nimm mir die Marken. Das hängt jetzt sehr davon ab, wenn der jetzt nämlich nachher nochmal irgendwie sowas macht, dann ändert sich das ja wieder. Also es geht immer um die Zwischenmarken. Aktuell wäre die aggressive Marke hier das Tief von 17,45. Sorry, dass das Video heute ein bisschen später ist. Aber 33.387 circa. Die etwas konservativere Marke 318. Also irgendwie sowas in der Richtung für eine wohlgemerkt Fortsetzung nach unten. Fortsetzung deshalb, weil das eben nicht die erste Bewegung ist, sondern der Kurs hier schon mal unterwegs war. Also wir hatten hier ja schon mal so eine 1, 2, 3, 4, 5, dann hier wahrscheinlich irgendwie eine Seitwärtskorrektur und anschließend nochmal die nächste Schubrichtung nach unten. Also vielleicht ist das schon vorbei, dann ist diese Triggermarke relevant, vielleicht ist es noch nicht vorbei, dann wären Brüche der Unterseite für zumindest mal ein bisschen Fortsetzung nach unten nochmal eine Idee. Ob man die umsetzen muss, das überlasse ich jetzt euch, aber zumindest wäre das dann vorläufig erstmal richtungsweisend. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.